Für Betrachter ist eine Webseite meist ein Bild, für einen Programmierer hingegen ein Baum aus Objekten, der aus einem Quelltext erzeugt wird. Die optische Darstellung einer Webseite in einem Browser in Verbindung mit dem tatsächlichen Aufbau zu setzen, ist häufig gar nicht so einfach. Auch Fehler im JavaScript-Code einer Webseite sind nicht immer sofort zu finden. Man muss oft tief in die Analyse des Quellcodes und vor allen Dingen dem gehen, was die verschiedenen Browser daraus machen. Dabei helfen Firebug und die Browser-eignen Entwicklungstools. Mein Name ist Ralf Steier und ich werde Ihnen in diesem Video-Training den Umgang mit solchen Tools zur Analyse der wirklich vorliegenden Situation in einem Browser zeigen. Ich bin Diplom-Mathematiker und arbeite als freiberuflicher Trainer, Autor und Programmierer. Der Webseiten-Erstellung und der Webseiten-Programmierung beschäftige ich mich schon seit Mitte der 90er Jahre. Seit der Zeit bin ich wohl in jede Fall gestolpert, in die man als Webprogrammierer fallen kann. Der Vorteil ist, dass ich daraus eine Menge Lehren ziehen konnte, die ich in dieses Training einfließen lasse. Ich habe insbesondere Firebug als das ultimative Werkzeug zur Analyse diverser Situationen im Client kennengelernt. Von der Untersuchung des Doms, der aus dem HTML-Code erzeugt wird, über das Aufspüren der wirklich angewendeten CSS-Regeln, der Fehleranalyse des JavaScripts bis hin zur Beobachtung der Netzwerkverbindungen kann man damit die Sachlage im Browser erforschen. Aber auch die integrierten Entwicklungstools moderner Browser sind mittlerweile sehr leistungsfähig. Deshalb widmen wir uns in dem Training neben Firebug eben auch diesen integrierten Tools sowie einigen nützlichen weiteren Werkzeugen im Umfeld der Webseiten-Erstellung und Webprogrammierung. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei!